Was ist die Nachfolge? Die komplizierte Ereignisgeschichte von 323 bis ca. 200 v. Chr. nachzuzeichnen, weswegen ich mich nur auf die groben Züge beschränken werde. In den Diadochenkriegen geht die Reichseinheit verloren. Allmählich bilden sich die drei großen Territorialreiche der Antigoniden in Makedonien und Griechenland, das Reich der Ptolemäer in Ägypten und das Reich der Siloikiden in Kleinasien und im Vorderen Orient aus. Wichtig ist, dass die hellenistischen Könige ihre Herrschaft als rein Personal verstanden. Es war ein Heerkönigtum, das man ständig gegen die Konkurrenten verteidigen bzw. gegen sie erweitern musste. Die Krone wurde auf dem Schlachtfeld gewonnen. Die Fähigkeit, ein Heer zu führen, musste ständig unter Beweis gestellt werden. Diese Ausgangssituation war in gewisser Hinsicht ein Fehler im System, der Kriege immer wieder notwendig machte. Kriege gehörten also intrinsisch zu diesem System. Man versteht die raschen Koalitionswechsel der hellenistischen Geschichte, wenn man sich vor Augen hält, dass kein Herrscher stark genug war, die anderen zu überwinden. Und, sobald ein König übermächtig zu werden drohte, verbündeten sich die anderen gegen ihn. Damit entstand allmählich ein gewisses Gleichgewicht der Mächte, wenn auch ein stets fragiles. Immer wieder traten auch charismatische Herrscher auf, die aufgrund ihrer Energie, ihrer weitgespannten Ambitionen, ihrer Skrupellosigkeit, diplomatischen Raffinesse und militärischen Kunst, die Kräfteverhältnisse eine Zeit lang zu ihren Gunsten beeinflussen konnten und die Welt durch ihren rastlosen Tatendrang in Atem hielten. Zu diesen berühmten Herrschern zählte Antigonide Demetrius Polyarchetes, der eine Zeit lang sogar ohne Reich als eine Art freier Satellit die Ägäiswelt beunruhigte, aber immer wieder zu Macht und Einfluss kam. Bedeutende Gestalten sind auch Antigonus Gonatas, der ca. 40 Jahre lang als gebildetster Herrscher seiner Zeit die Geschichte Makedoniens gestaltete, Ptolemaius III. von Ägypten und natürlich der Siloikide Antiochus III. der Große. Am Ende des dritten Jahrhunderts geriet die hellenistische Außenwelt immer mehr ins außenpolitische Fahrwasser Roms, das die Spielregeln der Politik rasch zu seinen Gunsten veränderte. Am Ende sollte Rom alle hellenistischen Dynastien vernichten und die riesigen Landmessen des Ostens seinem Imperium Romanum einverleiben. Von den sechs Diadochenkriegen um das Erbe Alexanders war schon die Rede. Syrien war stets ein Zankapfel zwischen dem Ptolemäer und dem Siloikidenreich. Dieser nicht enden wollenden Territorialstreit löste insgesamt sechs syrische Kriege aus. Drei makedonisch-römische Kriege besiedelten schließlich 168 v. Chr. in der Schlacht von Pydna das Ende des Ante-Antigoniden-Dynasties, in dem der Makedonenkönig Perseus vernichten geschlagen wurde. Rom rang dann noch in drei Kriegen gegen Mithridates von Pontos auch diesen Herrscher nieder. Nun zu den allerwichtigsten Ereignissen, die die Geschichte des Hellenismus entscheidend beeinflussten. Im Lamischen Krieg 323-22 versuchten die Athener noch einmal erfolglos die makedonische Oberhoheit abzuschütteln. Der Versuch misst lang. Das Jahr 322 markiert das Ende der athenischen Demokratie. 321-20 kam es zu den Regelungen von Triparadeisos, die die Interessenssphären der führenden Männer absteckten. 317 wird Philipp III Aridaeus, der geisteskranke Halbbruder Alexanders, ermordet. Der gemildete Demetrius von Phalron wird makedonischer Stadthalter in Athen. Unter ihm erlebt die Stadt bis zu seiner Absetzung 307 durch Demetrius Polyarchetes eine Nachblüte. Menander, der Komödenautor Menander, soll mit ihm befreundet gewesen sein. 316 tötet Cassander, Alexanders Mutter Olympias, gründet Cassandreia und Thessaloniki. Der dritte Diadochenkrieg endet 311 im sogenannten Diadochenfrieden, in dem sich die Diadochen gegenseitig als Herrscher anerkennen. Damit ist die Reichseinheit endgültig begraben. 313 verlegt Ptolemaios, die Hauptstadt Ägyptens, von Memphis nach Alexandria. Da er die mumifizierte Leiche Alexanders an sich bringen und in Alexandria ausstellen kann, beansprucht er für seine Herrschaft ein ganz besonderes Prestige. Nach weiteren Kämpfen erklären sich 306, 305 alle Diadochen zu Königen. Keiner wollte hinter dem anderen zurückstehen. Man spricht vom Ja der Könige. 305, 4 belagert Demetrius, der Sohn des Antigonus Monophtalmos, Rhodos erfolglos. Woraufhin er den Spitznamen Polyorchetes erhält, der Städtebelagerer. In der berühmten Schlacht von Ipsos 301 kämpfen Lysimaros und Seleukos, Ptolemaios nominell auch, doch er hält sich im Hintergrund, gegen Antigonus Monophtalmos und seinen Sohn Demetrius Polyorchetes. Antigonus fällt 80-jährig im Kampf. Demetrius muss fliehen und verliert erst einmal seine Herrschaft. Die großen Gewinner sind Lysimaros und Seleukos. 283 stirbt Ptolemaios I., ebenso Demetrius in der Gefangenschaft des Seleukos. Dieser geht nun gegen seinen Rivalen Lysimaros vor. In der Schlacht von Kuropedion 281 siegt Seleukos. Lysimaros findet den Tod. Seleukos kann sich jedoch seines Kriegsglücks nicht lang erfreuen. Er wird schon kurz später ermordet. Sein Sohn Antigonus I. Soter ist nun alleiniger König im Seleukidenreich. Antigonus II. Gonatas besiegt bei Lysimachäa die Kelten, die von Norden eingefallen waren. Er wird 272 König von Makedonien und wird jahrzehntelang die Großmachtpolitik prägen. Auch Antiochus siegt über die Kelten in Kleinasien, 275, muss jedoch viele von ihnen im Inneren Kleinasiens ansiedeln. Hier liegen die Anfänge des Galaterreiches. Ab 274 kämpfen Ptolemäer und Seleukiden in sechs syrischen Kriegen um Syrien. Im sogenannten Kremonideischen Krieg versuchen Athen und Sparta mit Hilfe des Ptolemaeus II. noch einmal die makedonische Oberrohrheit loszuwerden. Sie verlieren jedoch gegen Antigonus II. Gonatas, der Athen sogar erobert, vielleicht 261. Vergessen wir nicht, dass Rom zu dieser Zeit im Ersten Punischen Krieg gegen die Karthager steht. Im Jahre 251 befreit Arathos von Scythion seine Heimatstadt von den Makedonen und schließt sie dem Achäischen Bund an, der unter seiner Führung seinen gewichtigen Machtfaktor in Mittel- und Südgriechenland wird. Schon 243 erobert Arath Korinth von den Makedonen. Die Antigoniden verlieren in Folge die Kontrolle über viele Städte im Mittelgriechenland. 239 folgt Demetrius II. von Makedonien Antigonus II. Gonatas nach. Zugleich bricht der sogenannte Demetrius-Krieg aus. Makedonien gegen den Achäerbund, der sich zehn Jahre bis 229 hinzieht. In Kleinasien erringt Athenlos I. von Pergamon in Kämpfen gegen die Kelten und den Seleukiden Antiochos Hirax allmählich die Herrschaft über einen großen Teil Kleinasiens. 227 führt Kleomenes III. von Sparta eine Art Staatsstreich durch. Sparta träumt noch einmal den Traum von der Großmacht. Die Achäer fühlen sich dadurch so unter Druck, dass sie eine außenpolitische Kehrtwendung vorziehen und sich mit den Makedonen verständigen. 225, 24 Antigonus III. Doson wird somit zum Oberbefehlshaber eines gesamtgriechischen Heeres. Er initiiert wieder einmal einen Hellenenbund und besiegt Sparta 222 in der Schlacht von Selasia. Ein Jahr zuvor hatte Antiochos III. die Herrschaft im Seleukidenreich angetreten, ein äußerst fähiger und dynamischer Herrscher, der bedeutende Territorialgewinn für das Seleukidenreich erringt. Das Bündnis zwischen Philipp V. von Makedonien mit Hannibal für 215 zum Ersten Römisch-Makedonischen Krieg, den Rom parallel zum Zweiten Punischen Krieg führt, der sich ja überwiegend in Italien abspielte. Während Philipp V. also Richtung Westen gebunden ist, kann sich Antiochos III. in seiner berühmten Anabasis nach Osten wenden. und in den Jahren 212 bis 204 verlorengegangene Gebiete im Osten zurückerobern, was jedoch nur von Befristeten erfolgt war. Zurück im Westen setzt sich Antiochos in den Besitz der Territorien von Pergamon und verbündet sich offenbar in einem Geheimvertrag mit Philipp V. gegen Ägypten. Während Philipp in der Ägäis gegen den Ptolemäer agiert, führt Antiochos III. einen fünften syrischen Krieg gegen Ptolemaios V. Er siegt im Jahre 200 am Panäon und erobert auch Keule Syrien. Aber auch Ägypten kann Teil des Syriens gewinnen. Im Zweiten Römisch-Makedonischen Krieg fällt Philipp in Attica ein, das von den Römern und den Ateliden verteidigt wird. Man merkt jetzt, wie sich Rom allmählich in die Auseinandersetzungen der hellenistischen Welt einmischt. Der römische Sieg über Philipp, 197, bei Kynos Kephalai, bedeutet das Ende der makedonischen Vorherrschaft in Griechenland. Ein Jahr später übernimmt der römische Feldherr Titus Gnitius Flamininus die propagandistische Rhetorik der hellenistischen Könige und verkündet die Freiheit der griechischen Städte am Isthmus. Philipp hält sich in der Folgezeit zurück und konzentriert sich auf den Wiederaufbau Makedonens. Um diese Zeit festigt Ampiochus III. seine Machtbasis in Kleinasien, indem er ehemals ptolemäische Territorien gewinnt, Karin, Lübchen und Kilikien. Der achäische Bund unter der Führung des Philopäumen besiegt Sparta und zinkt die traditionsreiche Polis in den achäischen Bund. Die Souveränität Spartas ist hier zu Ende. 188 wird die alte Verfassung Spartas abgeschafft. Auch weiter im Osten zeichnen sich große Kräfteverschiebungen ab. Antichos verliert gegen Rom 191 an den Thermopylen und 189 bei Magnesia am Berg Sipulos. 188 sieht er sich gezwungen, mit den Römern den Frieden von Apamea zu schließen. Er verliert Kleinasien. Pergamon und Ordos werden von Rom als Mittelmächte aufgebaut. In Makedonien folgt 179 Perseus auf Philipp V. Er ist beliebt, charismatisch, und die Griechen sehen in Perseus einen Hoffnungsträger gegen Rom. Rom reagiert neurotisch und sieht sich unbegründeterweise vom neuen Makedonienkönig bedroht. Im dritten römisch-makedonischen Krieg, dem sogenannten Perseuskrieg, besiegt Lucius Emilius Paulus Perseus in der Schlacht von Pythna 168. Dieser römische Sieg besiegelt das Ende der Antigonidenherrschaft. Das erste hellenistische Teilreich ist damit gefallen. Makedonien wird in vier Teile zerschlagen, archaische Geiseln und den Polybius werden nach Rom deportiert. In Epirus hinterlassen die Römer eine Einöde. Es kommt zu Massenversklavungen. Wie sehr sich die Kräfteverhältnisse geändert hatten, zeigt ein Vorfall ganz symptomatisch. Im Sechsten Syrischen Krieg war Antiochus IV. Epiphanes in Ägypten eingefallen. Bei Eleusis in Ägypten traf der hellenistische Herrscher auf den römischen Bevollmächtigten Quintus Pupilius Lenas, der von Antiochus IV. die sofortige Räumen Ägyptens verlangte. Als dieser sich Bedenkzeit ausbahrt, zog Lenas mit einem Stock einen Kreis um Antiochus. Er müsse sich entscheiden, bevor er den Kreis verlasse. Antiochus verstand, was dies bedeutete und willigte in dieses demütigende Ultimatum ein. Noch nie zuvor war ein hellenistischer Herrscher, der sich in der Nachfolge Alexanders als Beherrscher des Silokidenreiches bis weit in den Osten hineinsah, so schimpflich von einer auswärtigen Macht behandelt worden. So konnte Rom also mit den hellenistischen Königen umspringen. Der Prestige und Gesichtsverlust für Antiochus IV. war immens. Nicht nur durch den Maccabäer Aufstand in Judäa gegen Antiochus, auf den hier nicht weiter eingegangen werden kann, desintegrierte das Silokidenreich in Folge immer mehr. Auch im Ptolemäerreich kam es immer häufiger zu Thonstreitigkeiten und damit zu einer zunehmenden Labilität der Herrschaft. Die Endphase der hellenistischen Teilreiche war eingeleitet.